Oh, das ist immer wieder schade. Wicht, 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 wicht. Warte, warte. Okay, great. Das ist wirklich gut. Wenn du an die Freischen Leute gehst, dann würde ich nicht mehr. Dann würde ich nicht mehr gehen. Hapfels ist okay, oder? Guck mir mal. Bisschen geht? Das ist ein Kohlach. Aber es schmeckt gut, oder? Komm, komm, was geht? Hapfels ist okay. Vielen Dank. 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 Thank you.